Sparen Sie Zeit und Nerven und informieren Sie sich vor Antritt Ihrer Reise. Über Staus, Verkehrsbehinderungen auf Österreichs Straßen, Wartezeiten an den Grenzen und Baustellen informiert Sie ab sofort. Teletext auf Seite 103. In Zusammenarbeit mit dem Ö3-Verkehrsdienst, den Autofahrerclubs und dem Bautenministerium gibt Ihnen Teletext Auskunft über die aktuelle Straßenverkehrssituation.